Und dann Moinsen zu diesem Spielfazit zum letzten Saisonspiel 4 zu 0 gegen Gladbach. Auch so ein bisschen Saisonanalyse ein bisschen mit drin oder halt einfach Abschluss von der Saison mit drin. Logischerweise wird ein bisschen länger dauern, glaube ich, das Spielfazit als andere. Aber ja, das waren die nächsten Momente für die Ewigkeit. Ich habe hier oft nach unten gucken, weil hier sind die Notizen, die ich mir wie immer aufgeschrieben habe. Zuerst, bevor ich zum Spiel komme oder zum Tag komme, ganz simpel, noch ein bisschen was Intro-artiges. Nummer eins, ich habe oben, oberster Link in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, ich hoffe, ich tue es. Ist die Bachelor-Umfrage drin, die ich gerade gestattet habe, heute früh oder heute Mittag vor dem Spiel noch. Deswegen die gerne ausfüllen, damit ich so viele Teilnehmer wie möglich habe natürlich. Ist auch kein Heckmeck, zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht ein bisschen länger, gerne ausfüllen. Würde mich sehr freuen, würde mir sehr helfen in Sachen Teilnehmeranzahl und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und auch sowieso generell ganz wild, dass das einfach jetzt das letzte Saison-Fazit oder letzte Spiel-Fazit der Saison ist. Sorum ist richtig. Letzter Spieltag einfach, Saison vorbei, jetzt gehen wir in den Sommer. Irgendwann im August dann ist die Saison, geht es als wieder los. Also gerade auch in so einer Saison, wie ich es schon oft gesagt habe, wo man wirklich mal diesmal auch Bock drauf hätte, dass das ganze Ding auch ein bisschen länger geht. Dass man wirklich noch ein paar Spieltage länger spielt, weil es wirklich auch mal, ich sage mal, ausnahmsweise immer Spaß macht, hier zuzugucken beim VfB. Deswegen ein komisches Gefühl, sage ich mal in Sachen letzter Spieltag. Sonst war es ja echt oft so eine Form von Erleichterung. Jetzt ist es fast ein bisschen traurig, bei dem was die Jungs hier Woche für Woche abliefern. Aber wie gesagt, ein bisschen Intromäßiges, bevor ich zum Spiel komme, zu meinen Notizen komme. Erstmal ein großes Dankeschön auch von mir aus, hier direkt am Anfang. Auch diese Saison aber wieder sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Aufwand und auch sehr, sehr viel Leidenschaft, die ich hier reingesteckt habe. Aber gleichermaßen wäre das ja irgendwo, ich sage mal, übertrieben, umsonst jetzt, wenn ich falsch verstehe, aber ohne euch. So, weil ohne Zuschauer, die sich das hier regelmäßig anschauen, ja, gibt es ja nicht mehr so viele Gründe, das zu tun, in diesem Ausmaß vor allem nicht zu tun. Ich meine, ich habe es ja auch schon vier Jahre lang gemacht oder so für, in Anführungszeichen, wenige Abonnenten. Wer mich lange verfolgt, weiß es ja, 2016 angefangen, Mai 2020, waren wir, glaube ich, bei 500 Abonnenten, 400, 500. Dann ging es erst so richtig, sage ich mal, ab mit den Streams durch Corona, keiner mehr ins Stadion, die Livestreams und sowas. 06 in Nürnberg, 3-2 gegen HSV, die Aufstiegsdinger und auch und sowas. Und dann gegen Ende des Jahres waren die ersten 1.000, ja, zusammen hier an Abonnenten. Auch die Videos natürlich mit den ganzen Kollegen, ne, Real Nico, mit Casey und so weiter. Einfach die ganzen anderen Kollegen von den verschiedenen Vereinen, mit denen wir hier Videos aufnehmen, Talks aufnehmen. Ab da ging es erst mal so, wurde es ein bisschen größer, sage ich mal. Und wenn ich jetzt halt auf fast 9.000 Abonnenten schaue, also quasi sind wir ja auf dem Weg zu den 10.000 in irgendeiner Form. Fast jedes Spiel erkennen mich Leute so, machen Fotos auch heute wieder. Auch da wieder Danke an jeden, der mich da erkannt hat, angesprochen hat, der mir kurz gequatscht hat, Fotos auch geschossen hat. Das wird nie normal werden so, auch das aus quasi allen Altersklassen. Also das ist schon absolut was Besonderes so. Deswegen auch an euch ein dickes Danke an euch für diese Saison. Auch jetzt hier eben auch mit dieser großen Umstellung, dass ich keinen richtigen Stadion-Flogs mehr mache. Das war ja vor der Saison das große Ding. Auch da viel Gedanken drum herum gemacht. Auch immer noch, ne, ist immer noch ein großes Thema, wo ich immer mehr Gedanken drüber mache. Aber jetzt eben mit der Option von den Audio-Stadion-Flogs glaube ich eine ganz gute gefunden. Um eben vor allem, das ist ja hauptsächlich wichtig, die Stimmung zu transportieren. Das ist ja die Nummer 1, die ich da haben möchte. Und eben das auch ergänzt durch viele Videos von euch. Immer wieder, auch heute wieder. Kommt natürlich noch später, einige Stunden später. Wie gesagt, auch das wieder, wie immer, je nachdem wann ihr schaut, ob ihr die Nachtschicht schon mitmacht oder ob ihr es erst am Morgen guckt. Dann ist vielleicht schon zeitgleich beides online. Aber es kommt natürlich auch der Audio-Stadion-Flog heute. Könnt auch ein bisschen Überlänge haben. Mal schauen. Aber auch das ist, da einige Videos bekommen, auch das ist nicht selbstverständlich so. Das ist nicht selbstverständlich. Klar, der Kanal wäre sicher noch ein bisschen mehr gewachsen mit normalen Stadion-Flogs. Aber wer es ja mitbekommen hat, das lange Video damals rund um Hoffenheim und so Geschichten. Also letzter Spieltag, letzte Saison. Das Risiko kann ich schlicht und ergreifend nach der Ansage und sowas halt nicht mehr machen in der Kurve. Kann ich nicht eingehen, das Risiko. Will logischerweise aber auch nicht aus der Kurve weg. Das wäre ja genauso Quatsch. Von dem her ist das eben aktuell die Option. Die Videos hier werden auch alle tatsächlich viel, viel schneller online. Das ist auch noch ein Thema. Die werden viel schneller online, als es jetzt die Audio-Stadion-Flogs sind. Plus eben jetzt auch noch Spielfazit davor. Aber für den Kanal, für euch, für die Videos, habe ich schon immer gerne die Nächte zum Tag gemacht. Tue es oder habe es oft getan. Tue es immer noch. Werd es weiterhin tun. Auch jetzt wie immer nach jedem Spieltag ist Nachtschicht angesagt. Das ist einfach so. Aber da wird die Leidenschaft für diese Videos, für den VfB immer im Vordergrund stehen. Das ist ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch ewig lange gemacht. Auch schon ohne jetzt mal den großen Zuwachs. Ohne jetzt mal die Zahlenseite von der ganzen Medaille hier. Deswegen auch hier nochmal ein weiterer schöner Schritt. War ja auch das Video mit Manu, wo er mich eingeladen hat. Für seinen VfB-Blickwinkel ins Fanprojekt Donnerstagabend. Video ist seit Freitagabend online. Auch das gerne anschauen, was ihr euch getan habt. War auch so ein bisschen der Vorbericht für Gladbach. Aber natürlich auch viele andere Themen. Dauerkarten, die Saison generell, besondere Momente. Wir hatten die Nationalmannschafts-Nominierungen mit drin. Langes Ding geworden. Auch das in der Videobeschreibung. Falls ich dran denke, ich hoffe, ich tue es. Stunde 45 Talk. Sehr, sehr schön gewesen. Auch das noch nächster Schritt. Nochmal diese Connection auch da nochmal. Auch das hat mich sehr gefreut, dass er mich da eingeladen hat. Ja. Und auch hier, wie gesagt, ich habe mir wieder einiges vorgeskriptet. Auch schon ein fürs Intro hier. Wenn ich mir wieder über den Kanal rede, über euch rede. Was wir hier von der Entwicklung genommen haben. Wie ich Saison rede. Auch teils gefühlt beim Skripten schon Gänsehaut bekommen. Wieder so leichte. Deswegen gehen wir jetzt rein. Rund um diesen Tag und rund um diese Saison wurde es sehr emotional. Auch hier wieder in den Spielfazits. Auch in den letzten Spielen schon wurde es immer wieder emotional. Kommen wir zum Spiel. Spielfazit. Wie gesagt, könnte ein bisschen länger werden als sonst. Eben auch durch dieses Intro hier. Aber ich glaube, ist in Ordnung. Gerade beim letzten Saisonspiel. Angefangen hat es ein bisschen Kacke. Hat es einen beschissenen Einlass. Weil irgendwie auch die Drehkreuze in der Zeit lang defekt gewesen sind. Ich glaube, da hat er VfB-Service auf Twitter geschrieben. Auf jeden Fall kam ich quasi erst mitten in der Choreo rein. Irgendwie drei Minuten verantwortet oder sowas. Also das große Banner war schon über die Kurve gelegt. Und dann kam ich erst an. Hat man sich auch anders vorgestellt. Gerade fürs letzte Spiel. Weil sonst eigentlich gab es nie große Probleme. Aber jetzt gerade für letztes Spiel ein bisschen Kacke. Also auch da so ein bisschen. Ja, natürlich mit ein bisschen Humor gemeint. Aber so ein Verein soll Champions-League-Spiele ausführen. Also bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, die machen da. Ja, das passiert hoffentlich nicht nochmal. Formulieren wir es so. Das passiert hoffentlich nicht nochmal. Die Choreo dann natürlich wieder absolutes Brett gewesen. Also komplett. Ich stand ja drin. Also du siehst es ja von dem Ding her aus nicht. Danach sofort die Pressefotos, Twitter und so weiter durchgeschaut. Nach all der Scheiße geht es auf die Reise oben. Auch in einer geilen Schriftart finde ich. Auch unten in Stuttgart International genau selbe. Wenn auch mal in der Mitte diese Champions-League-Reise. Auto, Bus, Bahn, Boot oder Fähre. Wie auch immer. Ein absolut geiles Teil. Da wieder ein großes Lob an die Macher. Sehr, sehr geiles Ding. Und eben auch so ein Ding. So ein Blockfahren-mäßiges Ding. Oder Blockchoreo-mäßiges Ding. Das kannst du quasi direkt wieder bringen. Für das erste Champions-League-Heimspiel. Oder immer wieder für die Champions-League bringen. Auch wenn ich glaube. Wenn ich jetzt auch nach Frankfurt zum Beispiel gucke. Oder sowas. Dass da natürlich auch möglich wäre, jedes Spiel was Neues zu machen. Bin sehr gespannt darauf, was da abgehen wird in der Champions-League. Sieg, das wird auch wahrscheinlich komplett im Next-Level. Und hier auch Stimmung direkt von Beginn an. War auf Level. Direkt richtig geil. Alle am Start. Auch das wird sich durch das ganze Fazit ziehen. Oder durch das ganze Spiel ziehen. Das ganze Stadion war auf Level. Also es war wirklich ein sehr, sehr starker Stimmungsstart. Spielerisch auch sofort dominant gewesen. So Gladbach wollte wenig. Die waren ja schon gerettet. Und die sind jetzt nicht irgendwie entschieden in Zweikämpfe. Oder wie auch immer. Oder wollten den Sieg hier ums Verrecken haben. Das war irgendwie ein letzter Spieltagsspiel von einer Mannschaft, die eben gerettet ist. Wo laufen die jetzt ein? 14. Oder sowas eingelaufen sind. Ungeil war halt wie immer. Habe ich ja so ein Problem mit. Ich bin noch nicht der Einzige. Aber habe ich auch irgendwie ein Problem mit. Immer wieder dieser dumme Seitenwechsel. War safe auch Gladbach. Weiß jetzt nicht genau. Aber ich bin mir sicher, dass es Gladbach war. Dass die zweite Hälfte auf der Untertürkamer-Kufe gespielt wird. Finde ich ein bisschen schade. Finde es einfach immer geiler. Aber wenn die zweite Hälfte immer quasi auf den Block spielt. Also bei Gladbach auf deren Fanblock, Aussatzblock. Und bei uns eben auf die Kanche der Kurve. War diesmal eben leider nicht so. Gerasi dann 1-0. Kopfball nach Zuckerflanke. Mio auch Gladbach passiv. Also da hätte ich mich als Keeper mindestens aufregt. Dass da ein Stürmer aus drei Metern frei einköpfen kann quasi. Aber eben auch ein geiler Ball von Mio. Danach nochmal Gerasi eiskalt 2-0 durchgesetzt. Auch da sich relativ leicht durchgesetzt, sage ich mal. Ohne jetzt die Leistung von Gerasi schmellern zu wollen. In der Situation. Abschluss war top. Präzise Pfosten drin. 2-0. Noch auch zweimal Latte. Zwei Kracher. Leveling und Gerasi waren es, glaube ich. Eine Großschauce hatte auch Gladbach noch. Nübel. Und dann nochmal Nübel und Ito. War glaube ich auch noch entscheidend mit dran. Geile Aktion. Sich geil reingeschmissen. Auch nochmal einfach ein Statement. Letzter Spieltag. Die hätten sie auch runterlaufen lassen können. Aber das macht die Mannschaft nicht. Macht sie die gesamte Saison schon nicht. Auch heute nochmal Gas gegeben. Als wäre Spieltag drei. Das war richtig, richtig geil. 2-0 zur Halbzeit. Auch da immer wieder der Blick auf den Ticker. Leider. Das war so der Hauptblick drauf. Köln. Leider sang und klanglos runter. Hatte gehofft, dass da vielleicht irgendwas geht. Was in Richtung Wunder geht. Aber halt leider nicht. Sehr schade um Köln. Sehr schade einfach um das Ding von großen Vereinen. Von Traditionsvereinen. Also die Liga wird halt dadurch schlicht und ergreifend nicht attraktiver. Sie wird einfach unattraktiver. Zweite Liga, was da mittlerweile rumhängt. Schalke, Köln, Hamburg, Nürnberg, Hannover, Hertha. Vergess auch noch ein paar andere Vereine. Das ist halt unglaublich. Da kann niemand was dafür. Da kann auch Holstein-Kinix dafür, dass die aufsteigen. So ist es alles sportlich verdient. Darauf will ich gar nicht hinaus immer. Aber es tut der Liga nicht gut, wenn Klubs wie Köln absteigen. Darauf können sich, glaube ich, die meisten einigen. Was dann sehr geil war, war der Aufstieg von VfB 2 in die dritte Liga. Das wurde schon mitten im Spiel gebracht, nachdem der Abpfiff war. Auch das sehr geil. Hätte man bis zur Halbzeit warten können. Davon ging ich aus. Aber mitten im Spiel das ganze Ding auch noch vom Stadionsprecher rausposaunt. Super geile Nummer. Die Kickoffs verkackt. Stuttgarter Kickoffs haben verkackt. Der VfB-Aufgabe erledigt. Sehr, sehr stark für die Talente. Spielpraxis in Liga 3 ist schon eine Wucht. Das ist schon bockstark. Eben auch im Vergleich zur fünften, wo sie ja mal waren. Dann vierte Liga. Das schon sehr, sehr stark. Klar, gibt das Thema Zweitvertretungen. Ist natürlich auch immer eines. Kann ich auch verstehen. In England zum Beispiel haben sie ja, glaube ich, alle zweiten Mannschaften in der eigenen Liga. Wäre hier auch eine Option. Wäre ich auch fein mit. Verstehe jeden, der sagt, dass die raus sollten aus diesem Profi-League. Weil es eben anderen richtigen Vereinen und eben auch teilweise Groß-Traditionsvereinen die Plätze wegnehmen. Aus der Seite gesehen. Andererseits hat halt dort jeder sportlich die Möglichkeit. Klar, du kannst auch von der oberen Mannschaft wieder ein paar Leute abstellen. Weiß nicht, wie wichtig das bei uns war. Ich habe jetzt nicht gehört, dass ein Massimo oder ein Eckloff oder so jetzt irgendwie die Riesenleistungen gebracht haben beim VfB 2. Ich glaube, das war jetzt kein Riesenfaktor beim VfB 2 spezifisch. Aber auch da wieder Thema Wettbewerbsverzerrung, wie auch immer. Aber grundsätzlich haben ja alle sportlich die Möglichkeit. Also es ist nicht, wie wenn Kiel aufsteigt und Köln absteigt. Da ist jetzt nicht irgendwie Kiel dran schuld, dass die Liga kacke wird. Sondern einfach auch Köln dran schuld, dass sie nicht gut genug waren. Und auch hier, es gibt genug Klubs in Liga 4 und Liga 3, die es auch selber hätten sportlich entscheiden können. Kickers hätten einfach ihr Ding da wuppen können gegen Homburg. Und dann wäre der VfB nicht aufgestiegen. Also sportlich ist es eben trotzdem verdient. Auch wenn ich das Argument, ich sag mal, gegen Zweitvertretungen in diesen hohen Ligen verstehen kann. Aber für den VfB 2 extrem geil. Für Talente auch geil, auch einfach wichtig für uns. Weil du kannst Talenten sagen, du hast da Spielpraxis. Liga 3 ist einfach ein anderes Level, wie gesagt. Das macht schon vielleicht nochmal ein bisschen attraktiver. Für das ein oder andere Talent auch vielleicht, um nochmal ein Jahr länger zu bleiben oder so. Zum Beispiel. Zweiter Halbzeit war dann echt fast ein bisschen langweilig, muss man sagen. Fürs halt 2-0. Also es war positiv langweilig. Weil war halt irgendwie alles recht ungefährdet. Vor sich hingeplätschert, so bis zur 75. rum. Da dann ist 3-0. Super stark durchgesetzt von Undaf. Bock, bock stark. Dann Silas, Jong, 3-0. Sehr, sehr schön. Und ab da. Ab danach quasi wurde es komplett gestört. Das war fast so wie die Ruhe vorm Sturm. So wie gesagt, die ersten Minuten oder lange 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren echt nicht wirklich besonders. Weil es auch nicht sein mussten so. Aber danach wurde es gestört. Ab da wurde es legendär. Ja, das ist einfach so. Ich werde jetzt mit vielen Superlativen um mich werfen. Aber es ist einfach so. Silas mit einer endgeilen Hütte erstmal. Richtig starken Willenstor. Den wollte er ums Verrecken machen. Und dann, das ist der Silas. Das ist der Silas, den wir wollen, den wir brauchen. Und wenn er so weitermacht, ey, dann bleibt. Er hat gar keinen Stress. Er hat immer wieder Themen gehabt, dass er vielleicht ein Abgangskandidat wäre, wenn die Kohle auch passt und dies und das. Weil eben auch viele Einwechslungen, ich glaube, wir können immer noch zustimmen, ohne jetzt irgendwie einen auf Silas Hater zu machen. Aber viele Einwechslungen waren eben nicht gut. Die Verletzungen ständig. Ich glaube, der große Hype war eigentlich 2021. Dann irgendwann in dieser Aufstiegssaison oder der Saison in der Bundesliga nach dem Aufstieg. So rum. Und seit er eben jetzt so drei Jahre irgendwie immer wieder, aber nicht so richtig. Aber jetzt, ey, gegen die Bayern war er stark. Heute eine Top-Einwechslung gehabt. Das Tor war richtig geil. Da war Galligkeit drin. Da waren die Tricks drin davor. Vorbeigang auch klar. Da wieder Klattwacher pennt ein bisschen. Wenn du vielleicht an einem anderen Spieltag bist, dann reilt der vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich will auch, dass Silas gar nichts wegnehmen. Der wollte diese Hütte machen. Geht da noch vorbei aus dem kurzen Eck mit KMH da reingeballertes Ding ins kurze Eck. Einfach geil. Ein einfach geiler Moment. Eine endgeile Hütte von Silas. Wenn er so weitermacht, wenn diese Geilheit wieder zurückkommt, diese Verspielte dazukommt, dieses nicht gehemmte irgendwie oder irgendwie, keine Ahnung, nicht so gut gelaunte, weil er nicht so oft spielt oder wie auch immer. Das heute wirkte wieder wie ein anderer Silas. Dieses Tor alleine wirkte wieder wie ein anderer Silas. Und das macht auch Hoffnung. Ein brutal geiler Moment. Auch diese Jubelbilder dazu. Super geil. Da Silas quasi vor der Untertürkheimer hier Arme und dann hat es, glaube ich, Mittelstädt und Mio und so um ihn herum. Super, super geil. Weil auch da, der wird beliebt sein wie sonst was. Ist er auch bei uns Fans. In der Mannschaft, meine ich, wird er auch beliebt sein wie sonst was. Deswegen, ey, wenn das jetzt vielleicht ein Schritt ist in Richtung alter Silas, dann super, super gerne. 4-0 spielt dann eh durch. Aber dann ging es ja auch noch um Platz 2. Und da kam dann Hoffenheim ins Spiel. Das 2-2 stand ja, glaube ich, dann schon so da. Und dann kam auf einmal Energie auf. Es kam so ein recht zielloser Jubel auf. So ein Brodeln kam auf aus verschiedenen Ecken. Aber da hat sich richtig wild was aufgebaut. So ein ganz, ganz wildes Gefühl. Und irgendwann wurde klar, warte mal. Das kann ja eigentlich quasi nur um Hoffenheim gehen. Und dann gewartet, gewartet. Und dann kam die Anzeige auf der Leinwand 3-2. Und dann die komplette Eskalation. Der VfB ist zu dem Stand Vizemeister. Der VfB ist Vizemeister. Der komplette Ekstase. Das war wirklich komplett unnormal. Wie vorhin auch schon gesagt, besonders das komplette Stadion hat gebrodelt. Ohne Ausnahme, das komplette Stadion hat gebrodelt. Also die, die VfB-Tregos getragen haben, haben gebrodelt. Und dann danach, zwei Minuten später, das gleiche Gefühl wieder. Da brodelt was. 4-2. Absolut Endlevel. Diese Mannschaft wird Vizemeister. Was unfassbar ist. Und diese Stimmung rund um diese zwei Tore von Hoffenheim. Dann der Abpfiff, dem Silas-Tor und so weiter und so fort. Da kann ich so weit gehen und sagen, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt in diesem Stadion. Das war absolutes Endlevel. Das war mit Legendo, war das Top 2. Ist einfach so, das war mit Legendo Top 2. Weil, das ist der Unterschied, bei Legendo war es ja auch so. Mit diesen Toren, bei Dortmund Hertha und so weiter und so fort. Und da war eben diese Endstufe des 2-1. Diese Jubelexplosion von dem 2-1 von Endo. Das ist nicht zu toppen. Dieser reine Moment vom 2-1. Das ist nicht zu toppen. So, Platzsturm, die ist das dahinter. Dieser reine Moment von diesem Tor. Das ist nicht zu toppen, glaube ich. Mal gucken, ob das jemals zu toppen ist in meiner VfB-Zeit, Lebenszeit, whatever. Das wird, glaube ich, nicht zu toppen sein. Aber, von dieser konstanten Stimmung, diesem konstanten Level, vielleicht das komplette Stadion, jeder verkackte Block. Das war noch mal mehr, finde ich. Das war noch mal mehr. Und was für ein Freudentaumel dieses komplette Stadion abgegangen ist. War Wahnsinn, wie diese Fangestände gescheppert haben. Das war wirklich unglaublich. Wie gesagt, historisch legendär. Sucht euch Superlativen aus. Das ist die inoffizielle Meisterschaft. Bei Leverkusen ist einfach komplett ein Cheatcode. Das ist Wahnsinn. Das ist für mich die inoffizielle Meisterschaft. Das war historisch. Das waren und sind Momente für die Ewigkeit. Das ist einfach so. Danach natürlich auch weiter die pure Glückseligkeit. So, Ehrenrunde der Mannschaft im Stadion. Bekleidet von den Gesängen. Spieler am Stadion-Mikrofon. Spieler auf dem Zaun. Das waren ganz besondere Momente. Und Undaf, und Anton, Gerasi, Nübel, Schock, glaube ich, auch oben da mit dabei gewesen. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ich bin mir nicht gerade sicher. Ich glaube, es waren alle auf dem Zaun. Und auch da noch mal, auch von den Aussagen dort. Und Undaf, mal einen auf Comedian, dies, das. Nübel fordert eine Maß und so Geschichten. Einfach supergeil. Diese Mannschaft ist und bleibt wirklich von vorne bis hinten ein kompletter Glücksfall. Ist einfach so. Ein kompletter Glücksfall. Wirklich ein ursympathischer Haufen von Jungs, die einfach nur geilen Fußball zocken wollen. Mehr wollen die nicht. Die wollen einfach nur geilen Fußball zocken. Und das eben einfach gecoacht von dem Macher schlechthin. Sebastian Hoeneß. Auch er wird Worte an die Fans gewidmet. Nach dem Motto, wir spielen Champions League. Verdammte Scheiße. Das ist unglaublich. Das wird unglaublich bleiben. Nächste Saison kommt ja noch die acht Champions League-Spiele. Dies, das. Das ist unglaublich so. Auch davon natürlich nachher viel zu hören oder viel zu sehen auch. Natürlich immer ein bisschen mehr zu hören, aber auch viel zu sehen von der ganzen Geschichte im Audio-Vlog. Ist auch ganz klar. Absolut legendäre Aufnahme mit dabei. Und ich habe ja auch im Kick-Tipp ganz, ganz albern auf ein 7-0 getippt. Haben wir, glaube ich, irgendwann mal vor ein paar Jahren gemacht gegen Gladbach. Letztes Spieltag eh einfach ein paar Quatschtipps rausgehauen. Aber hätte ja fast nicht klappt. Ich meine, 4-0 plus, es gab ja dreimal Alu. Also auch noch irgendwann einen Pfostenstoß in der zweiten Halbzeit. Wenn die Dinger reingeflogen, wäre es 7-0 ausgegangen. Aber auch wurscht natürlich. 14 Plätze Unterschied. 14 Plätze Unterschied. Von Platz 16 auf Platz 2. Das ist das zweite Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass das passiert ist. Dieser Abstand zwischen zwei Saisons. 73 Punkte. Die beste VfB-Saison aller Zeiten. Letzte Saison wäre es der Meister geworden. 06, 07 wäre es der Meister geworden. Gestörte Punktzahl, gestörte Saison. Gerasi bei überragenden 28 Toren. Beste VfB-Torschütze. Ich habe ja da ganz am Anfang mal 25 reingebrüllt. Selbst das wurde getoppt. Das ist krank. Die Bayern entdrohend. Auch das ist einfach geil. Das nimmt man absolut immer mit so. Undaf hat recht behalten. Er hat auch im Interview danach nochmal gesagt, die zwei besten Mannschaften in Deutschland kamen nach dem Leverkusen-Spiel, nach dem Pokalspiel in Leverkusen, der Spruch. Und hat auch selber gesagt, jetzt können sich einige bei mir entschuldigen. Weil er hatte recht gehabt. Und wir wussten alle schon selber, er hatte recht damals. Auch wenn wir jetzt Dritter geworden wären. Rein spielerisch und so, worauf es bezogen hat. Aber jetzt eben auch offiziell. Leverkusen 1, VfB 2. Das ist absolut krank. Und jetzt gegen Leverkusen könnte es dann eben auch in den Supercup gehen. Hände davon ab, wer den Pokal gewinnt. Weil normalerweise macht es Leverkusen. Dann spielen wir gegen die im Supercup. Aber ey, wenn es Lautern holt, freuen wir uns auch. Ist auch geil. Lautern auch international dabei. Ist ja auch noch gerettet in der 2. Liga. Fanfreundschaft. Von dem her ist es eigentlich entspannt. Also wer einen Pokal holt, wenn Leverkusen holt, was normal wäre, freuen wir uns über den Supercup. Wenn Lautern es holt, freuen wir uns über Lautern. Also es ist eigentlich ein Win-Win, was Pokalfinale angeht. Und dazu natürlich das Einzige, was so ein bisschen fehlt natürlich. Weil klar, du hast Champions League in der Hand. Du hast Champions League-Spiele in der Hand oder sowas. Ist aber richtig greifbar in der Hand. Es fehlt halt so ein Pokal. Defilpokal hätten wir auch weiterkommen gegen Leverkusen. War sehr unlucky. In der Liga hast du mit Leverkusen einen absoluten Cheatgold gehabt. Auch die hättest du fast geschlagen. Hättest du eigentlich vielleicht schlagen müssen in Leverkusen. Die ganzen Schiri-Entscheidungen, die ist das. Rollen wir nicht nochmal auf. Aber das hat nichts, sag mal, Greifbares in der Hand. Was im Endeffekt nicht ausschlaggebend wichtig ist, logischerweise. Aber wenn du das vielleicht noch hast. Und Supercup muss man auch nicht so hoch hängen. Aber wenn du vielleicht die Chance hast auf den Supercup. Ich glaube, die würden da schon auch richtig motiviert reingehen. Deswegen mal gucken, was im Pokalfinale dann passiert. Und damit ist sicher nicht alles. Aber ich glaube, das meiste oder viel zum Spiel gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir haben Historisches erlebt. Heute und in der gesamten Saison. Ich wiederhole mich auch hier wieder. Aber das wird dauern, das alles komplett zu verarbeiten. Das ist einfach so. Zu besonders war das. Relegation, Platz 16 zu Vizemeister, Platz 2, Champions League. Das ist, wie gesagt, das ist historisch. Das ist unfassbar. Das ist undenkbar eigentlich, was hier passiert ist über 34 Spieltage. Eine historische Leistung im kompletten Verbund. Mannschaft, Fans, wir ja auch. Die meisten Auswärtsfahrer im Schnitt. Und glaube ich auch in der Summe dann eben von der Bundesliga gehabt. In dieser Saison. Absolut überragend. Auch in Augsburg ja eben jetzt gewesen. Vor einer Woche in Hoffenheim 16.000. Genug Beispiele. Und auch das nochmal geil. Was der Carpock gesagt hat. Wir sind wieder wer. Der VfB Stuttgart ist ein Verein. Ist ein großer Verein. Und wir sind wieder wer. Finals gespielt in europäischen Wettbewerben. Einige mit die meisten oder viele auf jeden Fall im Bundesliga-Vergleich. In Sachen Qualifikationen für europäische Wettbewerbe. Euroleague, Champions League, dies, das. Jetzt glaube ich Euroleague 11 Jahre her. Champions League ja 14 Jahre her. Wir sind wieder was. Wir sind wieder wer. Und wir sind auch generell wer. Ewige Tabelle. Was sind wir da? Ich glaube Platz 4, Platz 5. Lass mich nicht lügen. In der Geschichte. Wir sind groß. Wir sind groß in Deutschland. Und wir sind wieder da. Geht auf europäische Reisen. Das ist richtig geil. Und eben auch dieser Appell mit dem Bezogen von wegen. Ey Jungs. Macht euch selber auch klar. Bei was für einem großen Verein ihr spielt. Eben auch gleichzeitig mit dem. Bleibt bitte. Bleibt doch bitte im Sommer. Und auch da wie immer. Natürlich ist das naiv. Natürlich ist das ein bisschen fansig. Aber auch nach sowas wie heute wieder. Wie gesagt. Was da abging heute. Wer da wirklich ernsthaft im Sommer schon den Abflug machen will. Ein Undaff auf dem Podest. Ein Gerasi auf dem Podest. Heißt alles nichts. Aber es ist trotzdem zumindest mal positiver. Ein positiveres Zeichen. Als wenn sie beide abgelehnt hätten. Im Wissen. Wir bleiben nicht hier. So. Aber wie gesagt. Auch nicht zu positiv auszulegen. Das Ganze. Aber wer nach so einer Nummer wie heute. Wirklich im Sommer schon den Abflug machen will. Außer. Wie gesagt. Das ist immer das kleine Nebeneffekt. Außer da kommt wirklich was komplett Monumentales. So. Die größten Vereine. Aber wirklich. Ich sag mal. Wer jetzt trotzdem im Sommer auf Teufel komm raus. So formuliere ich es mal. Trotzdem gehen will. Ja. Dem kannst du auch nicht helfen. In dem Sinne. Vielleicht ein bisschen hart. Aber aus Fansicht eben. Jetzt hier komplett raus. Wer nach sowas wie heute. Wirklich auf Teufel komm raus. Und so mal schon gehen will. Dem kannst du auch nicht helfen. Dann sollst du Reisler nicht aufhalten. Der spürt dann halt einfach ein bisschen weniger. Als vielleicht andere. Als wir Fans vielleicht auch. Wie gesagt. So ganz böse gesagt. Aber. Das muss heute auch nochmal zu denken gegeben haben. Wie gesagt. Außer Capo gesagt. Was die Stimmung generell über das ganze Spiel war. Diese Feier danach. Noch gefühlt eine Stunde nach Abpfiff. Das war unglaublich. Und das. Normal Argument. Und nochmal. Ja. Ja. Gefühlt das Argument nochmal geliefert. In Richtung Spieler. Auch nochmal persönlich. In Richtung Spieler. Adressiert. Irgend über ein Capo zum Beispiel. Auch das nochmal ein Thema. Deswegen mal gucken. Einfach abwarten. Was so passiert in der Transferphase im Sommer. Ich bin ja recht positiv. Aber jetzt gilt es erstmal. Alles weiterhin zu genießen. Alles weiterhin Revue passieren zu lassen. Und dann eben auch den Sommer zu genießen. EM. Dies, das. Und auch jetzt. Bei mir hier nochmal auf dem Kanal. So ein bisschen Intro mäßig. Zurück zu ein bisschen Outro mäßig. Auch hier wird es erstmal einen Ticken ruhiger bleiben. Jetzt. Ich habe euch von der Umfrage erzählt. Bachelorarbeit läuft gerade. Deswegen wird hier nichts wirklich groß passieren. Wenn nicht sogar eigentlich gar nichts. Aber was ich auf jeden Fall geplant habe, ist eben. Ist ja auch Saisonende. Also viel ist jetzt jetzt nicht. Aber was ich auf jeden Fall geplant habe, ist auf jeden Fall ein absolutes Brett nochmal zu machen. Wir machen dann irgendwann Juni, Ende Juni, whatever, wie immer ich das dann hinbekommen. Da werde ich auch böse Aufwand reinstecken. Ein großes Stuttgart-International-Video von Abstiegen, Aufstiegen in die Champions-Sieg, Relegation, dies, das. Da habe ich Bock auf einen richtig, richtig heftigen Zusammenschnitt da hinzuzimmern. Ich hoffe, es gelingt mir. Und wirkt das irgendwann im Juni oder sowas. Keine Ahnung. Kann ich noch nicht genau angeben. Aber irgendwann nach der Saison kommt das noch. Habe ich mir fest vorgenommen, sowas zu machen. Und wo ihr mich auch schon wieder bald sehen werdet, wo ihr mich eh immer schon hört mit den Daten und so weiter, ist der Podcast statt, logischerweise. Auch der, natürlich auch bald in die Sommerpause. Ist ja jetzt die Saison vorbei. Aber am Montag nehmen wir auch eine Videofolge auf. Und da bin ich auch am Start mit Philipp Meisel, mit Christian Pafritsch vor der Kamera. Das heißt, Anfang nächster Woche gerne Ausschau halten. Generell gerne meinen VfB auf Instagram und YouTube folgen. Bin ja auch mit am Start als Werkstatt. Also alles, was ihr auf Instagram seht, auf YouTube seht, mache auch ich dort. Sehr, sehr geile Nummer da auf jeden Fall auch. Deswegen da auch gerne vorbeischauen. Ich werde das Video bei Manu vorbeischauen. Bin ja auch überall mal hier und da unterwegs. Nicht nur auf meinem Kanal. Deswegen auch, da habt ihr schon, glaube ich, noch genug Geschichten zu gucken. Und eben auch Geschichten, die noch kommen werden. Aber wie gesagt, logischerweise wäre es sowieso so, wegen Saisonende. Aber jetzt eben auch noch durch andere Geschichten bedingt, wird hier erstmal Ruhe sein, sage ich mal, auf dem Kanal. Irgendwo auch verdiente Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, deswegen, da bleibt eigentlich nur noch übrig, euch zu sagen, ab in die Kommentare. Lasst Gefühle zum Spiel da, zum Tag da, zur Saison da. Lasst da, was ihr da lassen wollt. Auch wie immer gerne, Thema da lassen, kostenlos, Like und Abo da lassen. Ganz wichtig und richtig. Hilft mir, hilft dem Kanal, hilft damit eben auch uns als Community, als VfB-Community. Wie gesagt, denkt gerne an die Umfrage, denkt an die anderen Videos. Auch gerne, ihr habt ja alles hochgeladen hier. Guckt euch die alten Videos durch, Thema Revue passieren lassen, die alten Videos angucken oder anhören. Ich höre es auch oft im Podcast-Stil durch, wenn ich weiß, okay, bei dem Spiel war geile Stimmung. Höre ich mir einfach nur da das so podcastmäßig an, diese Audio-Vlogs und so Geschichten. Da ist ja einiges da. Auch da vielleicht die Chance für euch, wenn ihr Lust habt, darüber die ganze Geschichte nochmal Revue passieren zu lassen, die ganzen Saisonverlauf. Ja, bedankt fürs Zuschauen, bedankt für die Saison und bis zum nächsten Mal. Saisonverlauf